Liebe Freunde, liebe Kollegen, Kali Mera aus Roros, ich bin euer Evangelis von Krek Hotel und freue mich heute live von der Insel zu berichten, die leider die letzten Wochen sehr viel auf sich nehmen musste und fast täglich in den Schlagzeilen stand. Wie sieht aber die Situation momentan hier aus? Ich bin selber heute Morgen angeflogen, hier in unserem wunderschönen Krek Hotel, Lakshmi Damandama in Calithea, nahe auch der Stadt Roros, um mir ein besseres Bild zu machen. Und wie ihr sehen könnt, hier im Hintergrund haben alle Kunden, egal ob Paare oder Familien, einen weiterhin unbeschwerten Urlaub und das Leben und der Alltag hier auf Roros geht weiter. Wir werden hier weiterhin für den besten Service, für die beste Qualität sorgen, genauso wie vorher. Und man sollte sich sicher sein, dass auch alle Restaurants, alle Tavernen offen sind, um entsprechend auch Ausflüge zu machen und die Insel selber zu entdecken. Es bedarf sicherlich einer gewissen Aufbauarbeit für den südlichen Part der Insel, das jetzt schon angefangen hat, um weiterhin auch diese tolle Destination unbeschwert entdecken zu können. Weiterhin aber ist auch hier im Norden das ganze Geschehen und das Leben selber genauso schön, wie es auch vorher war. Und es sollte kein Bedenken geben, hier Kunden oder selbst dann auch anzureisen. Ich freue mich auf eure Anreise oder sonstige Anfragen, um euch unterstützen zu helfen. Euer Evangelis von GrecoTel.